So, wir haben hier die China-Baller A P1 von Funker. Wir haben hier zwei Pakete, die zünden wir einfach mal alle weg. Wolltest du gerade was zünden? Wolltest du gerade was zünden? Kommt der letzte zum Schluss. So, also Oldscope sind süd und schön, also die waren jetzt auch sehr gut, kann man nichts gegen sagen und P1 von Funk, die A. Aber mal zum gucken, durch diese graue Lunte verraucht halt eure Brenner sehr schnell und dafür gebe ich mal noch einen Daumen hoch. Also, ich muss ins Krankenhaus, oh mein Gott. So, auch war's.